Du Mensch, dich hopflos, du bloß Triebsal und wagt, bis sie nie herkommt, die, wo mich heirat und die mit mir zusammen Kinder schießt, fahrt und du fehlst mir grad Die, wo sich auskennt und am besten gleich wisst Was ich will und es, was gut für mich ist Sowas hab ich mein Leben doch nicht vermisst Ich hätte mich verpisst Weil Mädchen, du hast den Arsch weit offen Weil, wo man dich so hört To kann man ja bloß hoffen Das war elendisch nicht so stirr Du hast ein schönes Auto vor deine Tär Bauschbar vertragen, Video mit Farbfernseher Mit deiner Freundin regelmäßig verkehr Ach her, was willst du mehr? Das Leben sagst du, das ging dir gut neu Ach du wirst glücklich, wenn's der Füllung dabei Bloß wirst du merkst, du geht dein Leben vorbei Uh, Schweinerei Mädel, du hast den Arsch weit offen 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 Ich komme ja bloß hoffen, dass mal elendisch nicht so stört. De wahre Siege aber auf der Welt, ja des bist du, weil von dir krieg ich verzählt. Was ich falsch mach und was mir so arg fehlt und was mich quält. Ich denk grad noch da dran, wie's ohne dich wär. Wahrscheinlich wär's heut oben halb so schwer, weil langsam krieg ich Schmerzen an mein Gehirn. Ich komm nicht mehr, weil Mädel, ja du hast den Arsch weit offen. Warum hör ich dir zu? Wär ich noch schon besoffen, hätte ich noch schon mein Ruhn. Du hast den Arsch weit offen, warum hör ich dir zu? Wär ich noch schon besoffen, hätte ich noch schon mein Ruhn. Wär ich noch ein 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 Ruhn? Ja, sei so gut. Ja, Liebes. Ja, und wo wir dabei sind. Bei Sachen, die uns berühren. Ne, man macht drei, der Ätzel hat noch. Der kriegt das nicht. Weil wir dabei sind, bei Sachen, die uns berühren. Also wir spielen heute Abend, habe ich schon wieder gesagt, wir spielen heute Abend für Lau dahin natürlich, also ihr zahlt für den Bronsch. Und für den von euch, der soziales Gewissen und ja, die sind gequält, für den wollten wir einmalig jetzt auf dem Konzert von uns die Möglichkeit schaffen, sich einfach von dem Druck zu entledigen, dass die Jungs da vorne auf der Bühne stehen und nur für freige Tränke spielen müssen. Ja gut, heute das erste Mal, also erstmalig, erstmalig richtig, ne? Und wir haben dann lang gerätselt, wie wir eine Form finden, bei der man sicher ist, dass alle Spenden genau da ankommen, wo sie hin sollen. Und dann haben wir einfach einen Jägermeisterfonds gegründet für die Band. Und ihr könnt auch sicher sagen, dass bis auf die letzte Truppe alles da ankommt, wo man es hinschicken. Macht dich locker, Schakalack. Ihre Spende kommt an. Wir starten in der zweiten Hälfte an eine kleine Aufholjagd auf die Schakalack. Und dann werden wir sehen, wer als erstes ihr das Ziel geht. Jetzt spielen wir uns ein Palzlied mit oder ohne Pilz, ne? Das erste Mal, oder? Leider, ja. Allein Hupen. leider. Leider. Also,